hallo leute ja wir sind ja auf unserer karte unterwegs und ich habe wieder weiter vorlaufen lassen wahrscheinlich glaube es noch kein ganzes jahr vielleicht ein dreiviertel jahr ist es gewesen und wir haben hier städtchen die im wachsen sind hier ist jetzt nichts ich gehe wieder auf die karte wartet aber ihr geht auf dem logo und dann auf dem großbildschirm seht ihr ja viel mehr bis gleich so hier in schwandorf ist nichts außerhalb hier in lippstadt ist auch nichts außerhalb hier in erlangen ist auch nichts außerhalb wenn enden ist auch nichts außerhalb reichsdorf ist auch nichts außerhalb dann haben wir bad mergentheim ist auch nichts außerhalb achim auch nichts außerhalb dann neu brandenburg ist auch nichts außerhalb und jetzt kommt köln und da haben wir hier ein häuschen das heißt wir müssen dort eine straße erweitern muss haltestelle ist hier das heißt da muss einer hin um das abzudecken und dann brauchen wir eine kutsche da ist einer mit dem stadtbus fahrplan und dann müssen wir rathaus haben das ist da und dann diese haltestelle dann passt das haben wir köln erweitert sieht schon ganz nett aus das städtchen dann gehen wir nach jena jena ist ziemlich geballt aber es wächst nicht weiter auseinander dann gehen wir nach königsbrunn und königsbrunn hat es nach langer zeit geschafft mit dieser querstraße dann ein häuschen da dran zu machen und das bedeutet wir müssen hier oben eine bushaltestelle machen und ist dann abgedeckt gut dann brauchen wir die lupe wieder dann stadtbus fahrplan ganz zu rathaus ist da und der ist da haben wir das auch erweitert hier das kann erst mal wieder zu dann gehen wir nach dort zwischen an da gibt es hier zwar ein stück längere straße jetzt mittlerweile aber da ist noch nichts dran gekommen alles noch abgedeckt dann hier unten gehen wir erst nach gütersloh wird das wächst und gedeiht aber auch alles intern wohl das häuschen ist auch abgedeckt passt erst dann haben wir noch lüneburg lüneburg tut sich schwer hier hat straßen gebaut hier glaubt der zipfel ist auch neu und aber keine häuser außerhalb dann haben wir unten zwei bröcken die wahrscheinlich längste stadt auf der karte ich glaube diese zipfel ist neu aber sonst nix alle häuser sind noch innen drin hier drüben bin ich gespannt wann da die ersten häuser auf der anderen seite kommen dann sind wir hier bei reuth und bei reuth hat dieses häuschen jetzt geschafft dazu zu kriegen das heißt wir müssen hier da eine bushaltestelle hin machen wunderbar ok da können nur auf gerade das heißt wir müssen da erst was erarbeiten das heißt das muss erst weg dann müssen wir das hoch machen ich dachte auf der schräge wird es auch gehen aber dem ist wohl nicht so und dann so hat er direkt mit der straße gemacht sehr gut das heißt das werkzeug kann weg und dann ziehen wir die straße wieder durch und setzen die bushaltestelle daran passt das kann weg lupe ist an wir gehen auf den stadtbus bei reuth gehen auf den fahrplan hier gibt es erst einen einzigen dann kommt das rathaus dazu und dann der dann wird das auch langsam größer in bei reuth bei reuth haben wir dann sind wir in willig hier oben aber ja es ist hier glaube ich ein bisschen anders geworden aber noch nichts außerhalb dann haben wir bünde bünde ist auch nix diese lange straße da passiert nix ätling tut sich ganz schwer hier die gleise geht keiner rüber und auf der anderen seite ist es schwierig wohl wir haben ja hier ein häuschen eigentlich müsste man könnte hier ne da ist die bushaltestelle geht also gar nicht hier rüber es müsste hier rüber wachsen so und dann haben wir noch willensdorf ne und willensdorf ist nichts abgedeckt so dann gehen wir schon durch ja da haben wir das schon geschafft jetzt würde ich sagen schauen wir nochmal in die haltestellen rein wie sich das da verhält die liste der haltestellen ist hier wir gehen hier auf wartend schauen mal das gütersloh hat am meisten gehen wir mal rein das können wir mal zu machen gütersloh Hauptbahnhof und der rathaus ist das wo sie alle stehen das wäre dann ja hier Bad Zwischenahn Gütersloh intern nach Weinbergstraße 23 wo ist die Weinbergstraße hier ist die ok ich glaube die wird auch gerade angefahren oder ne die fahren vorbei dann sind ein paar nach Köln ganz viele unten nach Brandenburg und Willensdorf beziehungsweise nach oben fahren die ja nach Schlandorf Willensdorf weiß ich gar nicht ob die unten rum fahren oder oben ran hinten nach oben aber das sieht erstmal alles so weit so gut aus die 23 sind hier ne wo haben wir denn Kutsche die ich jetzt gerade anpacken kann ohne dass ich Kutschen sind denn Fahrzeuge sind denn drauf 1 5 Fahrzeuge sind 30 das heißt wenn die Weinberg Haltestelle angefahren wird dann kommen die auch alle weg wir können ja mal gerade schneller laufen lassen oder jetzt kamen sogar noch drei dazu bei Weinberg 26 bleiben da jetzt fahren sie glaube ich in die Richtung oder da sind es nur noch 19 zweite Kutsche kommt 16 12 5 oder wo sind sie jetzt die Weinberger da noch 14 die Kutschen fahren doch nicht alle nacheinander aber es sind welche weggekommen da auf jeden Fall passt erstmal würde ich sagen und 30 gehen in die Kutschen und 23 mal Maximum also kann man das so lassen Bayreuth Hafen okay wie sieht es denn da aus 7 okay die Schiffe machen aber eher einen Job denke ich der ist voll aber passt noch wo sind die anderen fahren noch drei Schiffe oder hier ist aber keiner sind die untergegangen oder was die sind alle aufeinander alle drei beieinander okay und alle drei voll ja dann passt es halt hier sind aber nur 15 die rüber wollen beziehungsweise ob sie alle rüber wollen doch wollen alle runter also 1 schon wird voll Zug kommt aber auch gleich wieder an oder ja aber da ist nur einer drin für Edling vielleicht kommt noch welche von der Burg ja sind noch ein paar mehr geworden Bünder aber auch nicht der Redewert dann haben wir natürlich Rathaus Neubrandenburg das ist hier auch Hauptumschlagspunkt so wie Gütersloh Wilmsdorf Burg okay das ist aber Zug Köln auch Zug Neubrandenburg hier unten 24 zum Klausbruchstraße wo ist die wo ist die da oben 24 was sagen die Kutschenübel haben wir achte das muss reichen Achim haben wir dann noch hier Achim oh da sieht es aber schlechter aus zum alten Seebad zum alten Seebad da wollen aber ganz viele rüber und wie sieht es umgekehrt aus da stehen auch 25 und wie viele Kutschen haben wir hier 10 das sind 60 rein theoretisch müssten da mehr sein das kannst du nicht so lassen dann müssen wir hier noch was machen das 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 und das Stadtbus Achim also 4 Stück denke ich mal können wir da noch drauf setzen so die sind alle unterwegs Verbindung aber wir können ja mal gerade gucken ok die fahren natürlich alle Minus ein wenn man hier rein guckt ne gewinnen Tausender naja aber da kann man mit Leben denke ich die Züge müssen das dann rausholen die die weiter fahren die Passagiere ne zwei Bücken Rathaus da stehen auf einer Stelle 63 und die wollen alle intern weg hier zwölf Kutschen sind das zwölf mal sechs sind 72 das sind aber eine 66 das heißt alle Kutschen würden sie mitnehmen das passt noch das kann man hier so lassen und das haben wir dann noch Lüneburg Rathaus 87 intern 74 nach Albersdorfer Straße Albersdorfer Straße äh hier sind vier Kutschen drauf und 74 das ist ein bisschen wenig da müssen wir noch mal gucken dass wir hier nach Lüneburg auch noch welche auf den Stadtbus schicken da oben ist es und Stadtbus Lüneburg haben wir ja ich mach mal vier Stück dazu starten die erste lassen sie schneller laufen zweiter dritte und vierte oh fünf ok egal läuft 77 passt schon manchmal sind 45 sind eigentlich immer noch zu wenig ne Lüneburg ist damit aber erstmal abgefrühstückt Bad Merkentheim Rathaus 66 Trainer Straße 5 5 sind 30 das heißt da müssten auch welche drauf sie auch näher nicht wirklich ne dann machen wir das hier aus in Bad Merkentheim Stadtbus passt passt ok erster raus mal schneller laufen zweiter raus dritter raus vierter raus und und fünfter raus keiner mehr da passt so das war Bad Merkentheim das ist das ist hier Bahnhof da stehen 88 wo wollen die alle hin dann auch welche hier übers Wasser ne wir sind da drinnen 13 der müsse ja jetzt voll sein ne und der ist auch voll jetzt auf der Linie ne Wartezeit warte das müssen wir mal gerade gucken 30 Abfahrten pro Monat ich glaube das ist zu wenig warte mal da haben wir was falsch gemacht da stehen 49 nochmal diese Linie nochmal 45 dann fahren die öfter oder dann fahren sie fast permanent ne da oben ist ja schon direkt gefahren ich glaube die fahren jetzt permanent dann das heißt wir können sie auch rausnehmen ne so ich glaube jetzt fahren sie immer so ich glaube jetzt fahren sie immer ja lass mal so jena jena rathaus ist hier wie sieht es da aus mit passagieren alles intern 32 maximum die kutsche ja da könnte eine mehr sein da könnte eine mehr sein eigentlich ne machen wir noch eine auf dem Stadtbus jena und starten gut gut haben wir das willensdorf ja auch intern 63 passagiere über kutschen 4 zu wenig das sind die kutsche was sind hier die kutsche das ist wir haben wir ja läuft Willensdorf käme, Königsbrunn noch, mal gerade langsamer, Krugstraße, hier sind acht Fahrzeuge drauf, Krugstraße hat 76, bedeutet auch wieder das gleiche, Königsbrunn brauche ich auch noch rutschen, kopieren mal dreimal und dann geht es los und weg sind sie dann haben wir hier noch Edling Edling Intern sind auch reichlich, ich sage jetzt nicht, hier fährt nur eine Kutsche sieht tatsächlich gerade so aus, oder? ja, tatsächlich eine und die macht Gewinn natürlich die ist bei Bünde, die Hütte hier, das Depot Edling ist da 49 können wir bestimmt sechs Stück noch dazu machen noch etwas schneller laufen und die letzte noch, wunderbar so, dann geht es in Edling auch weiter das kann zu, das kann auch zu das ist los, grün, alles ist prima sieht schick aus, oder? ok, haben wir einiges gemacht, ich würde sagen, ich werde wieder weiterlaufen lassen in der Zwischenzeit gucken, dass da schön die Städte wachsen und wenn dann ist, dann müssen wir wieder was ausbauen naja, dann sehen wir das und ja, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt, macht eins falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao! wir sehen uns in der nächsten troops und nochmal einen Daumen hoch zumil und Vielen Dank.